Hallo und herzlich willkommen aus Heilbronn. Heute stellen wir dir einen ganz besonderen Kopfhörer vor. Den ersten True Wireless In-Ear von Bayer Dynamic, den Freebird. Der Freebird eignet sich perfekt für deinen Alltag, für den Job, ganz egal von wo du arbeitest oder auch zum Game inzwischen durch. Lass dich beim bewegenden Freebird Sound begeistern und genieße dank ANC ungestörten Hörgenuss auf höchstem Niveau. Der Kopfhörer sorgt aber nicht nur für besondere Klangmomente mit überdurchschnittlich langer Akkulaufzeit, sondern gewährt dir auch vollste Bewegungsfreiheit. Mehr zum Freebird und wie er entwickelt wurde, erfährst du nun aus erster Hand von einem unserer Product Manager. Viel Spaß! Hi Loris, super, dass du anrufst. Könntest du ein bisschen mehr zum Freebird erzählen? Ja klar, gerne. Ich gewähre dir jetzt einen Einblick hinter die Kulissen der Entwicklung von Freebird. Uns im Produktmanagement war es sehr wichtig, dass wir den bewährten Bayer Dynamic Sound in einen True Wireless Kopfhörer integrieren. Dank unseres Know-Hows, eines leistungsstarken Treibers und dem modernsten Kodex ist uns das sehr gut gelungen. Der Freebird verfügt über eine extra lange Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden nach einmaligem Aufladen. Um Freebird aufzuladen, verstaue ihn einfach im mitgelieferten Ladecase und lade dieses mit Hilfe eines USB-C-Kabels oder einer Qi-Ladematte auf. Der Low Latency Mode sorgt für die perfekte Synchronisation von Bild und Ton. Dadurch wird Freebird zum idealen, mobilen Gaming-Device. Einstellungen und weitere Updates können in der MRY-App durchgeführt werden. Der Freebird ist dank IPX4-Zertifizierung Spritzwasser geschützt. Dies macht ihn zum perfekten Outdoor-Partner. Für den perfekten Sitz und angenehmen Tragekomfort sorgen fünf Paar Ohrpaarstücke aus Silikon, die von unseren Akustik-SpezialistInnen mit sehr viel Liebe zum Detail konzipiert wurden. Darüber hinaus befinden sich drei Paar Ohrpaarstücke aus Memory Foam im Lieferumfang, die sich sehr gut für den Sport eignen. Je besser der Hörer in deinem Ohr sitzt, desto mehr wirst du von seiner Soundperformance begeistert sein. Mehr zur Akustik erfährst du jetzt von Stefan. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin mit deinem Freebird. Hallo, beim Thema Ergonomie hat der neue True Wireless von Bairdynamic ein weiteres Feature. Er hat nicht nur wunderbar tolle Eartipps, sondern auch einen ovalen Nozzle-Part. Dieses Feature gibt es bisher nur bei sehr hochpreisigen Bairdynamic-Produkten. Dadurch kann man ihn wirklich sehr komfortabel sehr lange im Ohr behalten. Ein weiteres tolles Feature ist das ANC, das in diesem Hörer verbaut ist. Das arbeitet nicht nur im tieffrequenten Bereich, wo es das Rumpeln zum Beispiel von dem Bus oder von dem Flugzeug unterdrückt, sondern es arbeitet in einem sehr weiten Frequenzbereich. Da haben wir wirklich darauf geachtet, dass auch die Sprache dann wunderbar unterdrückt wird und man kann ihn so beim Homeoffice oder auch im Büro tragen, sodass dann das störende Geräusch von Kollegen oder das Schreien von Kindern unterdrückt ist und man so konzentriert arbeiten kann. Wenn man denn noch mal seine Umgebung wahrnehmen möchte, dann tippt man einfach zweimal hier außen drauf und wechselt dann in den sogenannten Transparenzmodus. Dann kommen die akustischen Signale, die Geräusche von außen werden dann direkt durchgerootet und man kann seine Umgebung sehr natürlich hören. Also nicht irgendwie übertrieben laut, sondern einfach, dass man auch die Sprachansagen auf dem Bahnhof oder die Kollegen dann wahrnehmen kann bzw. sich mit denen unterhalten kann. Wenn ich zuletzt hatte, höre dann den berühmten Biodynamic Sound, der sehr ausgewogen ist und einfach genial klingt. Zusätzlich habe ich noch einen Boost im Bass eingebaut, um beim Musikhören noch mehr Freude zu haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Freebird und dem Biodynamic Sound für unterwegs.